Ah, sonst heult sie nachher wieder rum. Außerdem sind wir knackenvoll. Das Problem ist, die Frage ist, muss ich das Eichhörnchen jetzt auch in ein Käfig setzen? Oder du setzt das jetzt einfach mal bei den Hühnern mit rein. Wenn es auf Bäume klettert. Warte, oder lass es erst mal noch im Käfig, ich weiß es ja nicht, ne? Wir haben ja noch keine Macadamianüsse. Oder haben wir Waldkräuter? Waldkräuter wirst du haben. Ich glaube, Waldkräuter haben wir. Kannst du ja bei uns im Haus freilassen. Ähm, so, 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 so. Das ist die Platte. Macadamianüsse. Was ist jetzt los? Bist du? Das ist auch... Da sind Nüsse. Macadamianüsse. Hm. Hat er uns mitgegeben. Ähm... Das ist noch so eine Schuppe, ne? So, nö, das ist hier Haut. Ja. Natürlich. Hm. Das kann noch weg. Haben wir da noch keine mehr? Wovon? Von der Haut haben wir von der Haut keine. So. Siehste? Sag ich doch. So, damit müssten wir zu Yonif. Das kommt hier unten rein. Ja, wollen wir den jetzt freilassen, oder nicht? Denn, ach ja, wieso? Er wird ja zutraulich, wenn du ihm das gibst, ne? Ja, genau. Dann machen wir das mal ganz... Das ist mal ganz einfach. Erstmal Tür zu. Genau. Ach so. Das geht bestimmt so. Genau. Seht ich. Nee, jetzt. Ich seh die nicht. Da. Ja, ist da. Okay. Dann jetzt ne Nuss. Genau. Eine Nuss. Eine vor die Nuss. Ähm. So. X1. Ach, ja, das war wieder das. Name. Du könntest ihm einen Namen geben. Ähm. Ja. Wie nennen wir ihn denn jetzt? Ja. Wer sie ist? Keine Ahnung. Eigentlich kriegt's ja Kinder. Eigentlich müsste ich das hier. Aber wir sind ja schon sicher. Ähm. Genau. Felix. Okay, Felix. Was war das denn? Was? Ach, er hat gegessen. Ist nun gezinkt und wird bei dir bleiben. Sehr schön. Oh, schön. Gut. Ähm. Ja, die Augen fallen zu. Ich weiß. Neues. Ja, es sind null Uhr, ne? Mann, 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 Mann. Ich bin garantiert irgendwann wieder anzuzicken. Okay. Wo ist Felix? Wo ist er? Da ist er. Hallo? Da ist er doch. Ach, da sitzt er genau vor mir. Denkst du, ich hab den gesehen? Alle drei Tage, ne? Mhm. Also momentan müsste er, also jetzt ist Montag. Er hat aber Sonntag gekriegt. Montag, Dienstag, Mittwoch. Mittwoch. Okay, Mittwoch wieder. Ach du Scheiße, jetzt muss ich mir ja auch noch merken. Ne, das krieg ich nicht. Also das kann, da bin ich raus. Bei solchen Sachen bin ich raus, ne? Oder kann man... Hast du die Spuren gerade gesehen? Ja, hier. Ah. Kann mich mit ihm unterhalten. Guck mal. Ach, jetzt soll er dir hinterherlaufen. Ach, guck mal, wenn du die Spuren machst, dann soll er dir hinterherlaufen. Mhm. Und wenn du das andere... Genau, genau. Ach, jetzt kommt Felix mit. Sehr schön. Das finde ich ja mal geil. So, das geht noch nicht. Was waren das? Achter, das waren die Kartoffeln. Wir gucken mal nach den anderen. Die sind noch nicht so weit. Ähm. Ah, guck. Dich begleitet jetzt ein Eichhörnchen. Glaub, ich fall von mir. Weck ist das auch, oder? Das ist eine gute Frage. Hm. Was haben wir Pech gehabt? Ja, schwarze Erde haben wir immer noch nicht gefunden. Wir gehen noch mal zu den Hühnern gucken. Okay. Und was auch immer. Das ist... Oh, die JTS ist schon wieder eng. Komm, Felix. Sehr schön. Also jetzt wird's nervig. Wollte ich grad sagen, möchtest du nicht von den blauen Dinger mal was wegmachen von der Wiese? Ja, äh, warte mal. Oh, Felix, wo bist du? Bleibst du mal bitte da sitzen. Damit ich dich nicht erwische. Das ist ja alles gut und schön, aber, ähm... Man sieht nichts mehr. Ja. Könntest du? Danke. Also, dass sie ein bisschen was da haben, ist ja okay, aber... Das finde ich schon echt krass, ne? Ah ja, du hast ein Ei gefunden. Guck mal. Mhm. Wie cool. Boah. Was hat die? Das hat nichts gemacht. Ich meinte nicht, der ist. Ach so, ja, das war jetzt okay für mich. Äh, bei mir aber nicht. Ah, Regen, das ist gut. Ja, mach trotzdem, mach da oben auch, lass da drin ein bisschen was drin sein. Guck nochmal, ob hier irgendwo noch eine Ei liegt oder so. Guck mal, du kannst das Huhn hier auch. Klack. Du kannst mit dem Huhn quatschen. Und da oben am Rand würde ich das alles wegmachen, dass das wieder reinwächst. Guck mal, Felix. Ähm. Der schiff durch den Zaun, hast du gesehen? Mhm, er ist auch klein. Oh, guck mal, wie viel das ist. Es muss weg, also... Oder sehe ich das jetzt zu verbissen? Nee, das ist echt zu viel. Das ist nicht mehr schön. Felix, du bleibst hier. Nicht, dass ich dich wieder erwische. Wieso wieder? Hast du ihn auch noch nicht erwischt. Naja, wir wollen es aber auch gar nicht drauf anlegen. Die Reihe kommt auf jeden Fall weg. Ja, ja. Damit er nicht gleich wieder so der Hühnerstall ist. Ja. Guck mal, das ist arm. Ja. Ich glaube, davon hat mich schon ganz vieles Namen, wenn ich mich täusche. Ja, ja. Davon haben wir, glaube ich, heute ist er auch schon wieder. Naja. So, nichts für dich da an unseren Globen. Ja, habe ich mir auch so gedacht, das würde ich da mal so... Haben wir da ein bisschen mehr... ...die Übersicht. Ja, das hat sich aber rapide verbreitet, ausgebreitet, ne? Mhm. Irgendwann brauchen wir den ganzen Kram. Mich deucht, wir brauchen das irgendwann. Aber ich weiß noch nicht... Ich weiß jetzt gar nicht, warte mal, wir gucken jetzt nochmal, das sind... Also, es gibt auf jeden Fall Heu. Weiche Pflanzenfasern. Weiche Pflanzenfasern, genau. Das sind... Samen für saftige... Okay. Mhm. Also... Nicht gerade wenig. Ich glaube, das war... Für irgendwas zum Herstellen brauchte man das. Also, ich weiß, dass ich das damals, glaube ich, ziemlich viel gesucht hatte, weil es bei mir eben halt nicht so war. Wir müssen langsam dann zusehen, dass wir über den Quests auch weiterkommen. Die nehmen immer neue Quests an, aber arbeiten keine ab, ne? Mhm. Ich bin da ja sehr begeistert. Und immer irgendwas dazwischenkommt. Ja, also Bäume und vor allen Dingen solche Sachen, ne? So... Ja, aber die Bäume brauchten wir, hast ja gesehen, wie für heute... Aber die Elemit haben wir jetzt fertig, diesen einen, den wollten wir sowieso heute machen. Ja. Der stand auf dem Plan, so. Das kommt noch weg, und dann ist gut hier. Ja, würde ich auch sagen. So, dann geht das nicht mehr ganz in den Hühnerstall so doll rein. Wo hast du Felix gelassen? Den habe ich abgestellt. Da. Oh Gott, den sieht man ja gar nicht. Kannst du den mal abstellen, wo man den sieht? So, komm mit. Wieso? Den stelle ich gar nicht irgendwo ab. Der kommt mit. Achso, wir müssen noch ein bisschen was wegbringen, Felix. Ja, die würde ich da rein tun, tatsächlich, genau. Den Käfig brauchen wir auch nicht. Davon haben wir aber auch schon. Oh, hatten wir noch nichts davon? Ja, jetzt haben wir was, siehst du. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall. Sag ja, wir brauchen nicht immer alles kaufen, wir müssen echt mal mal gucken, ne? Äh, ich würde noch, bevor wir noch losgehen, noch was zu essen machen wollen. Zumindest eins. Geh mal bitte auf die Quest. War das Spaghetti mit Tomatensauce oder Lasagne, was wir für die Quest brauchen? Äh, Lasagne. Du bist dir ganz sicher? Weil es hier schon steht. Lasagne für uns. Denas, Ups, Salat, Aloe Vera, Jan braucht einen. Wir müssen die Aloe Vera Pflanzen umbetten, auch noch. Wolle für die Kissen von Gertrud. Das ist das, was wir jetzt noch machen, bis hier eigentlich, der Kristall von Josef. Okay, machen wir. Das wollen wir auf jeden Fall noch machen. Okay, machen wir. Ich wollte aber erst noch ein Essen mitnehmen. Falls wir Hunger kriegen. Ich will nämlich das nicht essen. Nee, nee, das sollte für die Höhlen bleiben eigentlich, ne? So, das lassen wir auch. Hier. Aber dann komm nicht auf die Idee, in die Höhlen zu gehen. Ach, du brauchst noch was wegen Schöpferkraft, ne? Ja, wegen Schöpferkraft habe ich ja das Essen im Notfall mit. Oh, die ist ja auch. Muss ja noch ein zweites Essen machen. Weißt du, was das für mich für eine Genugtuung ist? Ja. Weil du das immer bei LS mit uns machst. Du sitzt immer Haare rauf vor dem Monitor, wenn wir spielen. Das ist für mich jetzt so eine Genugtuung gewesen. Ich weiß, ich weiß. Das ist aber auch zum Haare rauf. Ach, so schlimm sind wir gar nicht. Nee, ich weiß. Willst du was Gegenteiliges behaupten? Überleg dir genau, was du sagst. Felix geht wieder seiner Wege, wieso? Weil er auf dem Hof bleibt anscheinend. Ach so. Ja, dann lass ihn da. Wo ist er denn jetzt? Äh. 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 Wenn ich das wüsste. Hallo? Äh. Du hast Felix verloren. Vielleicht ist er auch zu Hause. Müssen wir nachher mal gucken. Was? Felix verloren. Felix verloren, ja. Wie willst du den wiedersehen? Das weiß ich nicht. Nicht bei dem Regen. Ja. Ei, ei, ei. Und teleportieren kann er wahrscheinlich auch nicht. Du bist ja witzig. So was aber auch. Alter, ein Bier. Ja, wir wollten. Ja, wir hatten Josef, aber ich weiß gar nicht, wo Josef ist. Äh. Felix hier auf der Karte zu sehen? Nee. Naja. Wo ist denn Josef? Haben wir überhaupt schon mal Josef gelesen oder irgendwas? Ja, Josef war hier irgendwo. Also ich habe Josef irgendwo schon gelesen gehabt. Meine Zeit muss nach Josef. Alfred, Magda? Auch nicht. Ist nix. Äh. Das ist nicht schön. Johanna. Fred Gilbert. Alina. Hat er, der die ganzen Dinge sammelt, ne? Hallo, oder? Jonas. Jonas ist nicht Josef. Hey. Ich weiß doch nicht, wer Josef ist, ne? Hallo, Jasmin. Schön, dich zu sehen. Peter. Oh, schade. Wieso? Wieso? Hallo? Nee, ganz ehrlich. Wo sind wir denn jetzt Josef? Ah, wir werden einfach mal hin. Ähm. Ach nee. Warst du ein Sauberhärter? Da hast du recht. Also ehrlich. Du bist jetzt hier bei Nial, ne? Hm, wir sind jetzt oben. Ich rede sonst noch mal ganz kurz mit Nial. Der sollte dir doch irgendwas mit Zauber geben oder so. Ja, ich weiß. Ich drücke immer den Pikettenkopf. Dialog. Ja, Tiere verzaubern. 12800. Trotzdem Dialog. Hm? Hallo, Jasmin. Einige seltene Zauberer reagieren auch auf die Ungehungstemperatur. Wusstest du das? Wie mache ich mich? Du bist auf dem richtigen Weg weiter so. Super. Ah. Ich dachte, wir können antworten. Hä? Wollte schon sagen. Jetzt ist es weg. Ah, hier. Also das Tiere verzaubern. Hm, guck mal, wie viel teuer das kostet. 12800. Wir haben 479. Reichsverbinden. Ziel, Pflanze, Verbindung schaffen. Nur Christ, nur ein Kristallreich weiter. Ach, das sind diese Kristalle, ne? Ja, oder was? Ja, ja. Magierschuhe, Angriffsstiefel. Boah, kostet ja nix, ne? Nö, nö. Nö, nö. Dahergeschmissen. Ist das alles markiert, oder warum ist das? Ach, nee. Formelstärkung. Formelheilung. Das sind alles Zauber. Ja, die Zaubertränke für Heilung und so weiter. Heiltränke und so. Oh, alte Goldmünze. Die haben doch nicht mal das Spiel angekratzt, glaube ich. Es ist nicht mehr. Aufladenlicht. Ich glaube, wir bleiben eher mal hier oben in dem Bereich. Die sind, glaube ich, auch günstiger. Ach so, das sind die Schuhe. Nee, warte, ein Tiefer müssen wir. Formelstärkung. Schön, dass die alle so günstig sind. Ja, wer weiß, was wir noch geschenkt kriegen, weiß der nicht. Was ist das denn? Eisfalle. Liegt eine Eisfalle auf dem Boden, um jegliche Berührung... Ja, ja. Und Feuerqualle, äh... Explodiert. Okay. Feenpflanze. Die haben das Spiel nicht mal angekratzt. Nicht nochmal. Okay, wir haben keine Zeit. Ihr wird müde, wir wollen Josef. Äh, Josef. Ich habe keine Ahnung, wo wir Josef finden. Aha. Wem sagst du das? Josef, 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 Josef. War da in der Questbeschreibung nochmal was drin? Nee, ne? Nee. Äh. Josef Teil 1, der Kristall von Josef Teil 1. Zeigt der grüne Pfeil eine Richtung. Also wenn du in der Richtung bist, aber... Ja, aber der grüne Pfeil ist ja nicht, der ist ja abgeschlossen, aber... Ja, das ist ja theoretisch, ja. Gab doch irgendeinen, der Steine gesammelt hatte, wer war das? Das, äh, guck mal, bei dem, bei dem einen Teil stand ja Pia und Josef, weil, wenn du nochmal auf die Quest guckst. Da war doch eine Hilfe, Hilfe, bei der Hilfe. Bei der Hilfe? Was, äh, hä? Bei den Büchern, wo du, oder, oder, such mal, wo die Quest hast. Wenn du mehr Quest aufmachst. So, das. Ja. Nee, Hinweise, ja. Da geh mal rauf. Ich weiß, äh, nee. Part von... Ach, das ist Jan. Okay, ich dachte, Josef. Jan, und der wäre rechts. Das wäre nicht das Problem. Das wäre rechts. Ja. Jan habe ich gesehen und Jonas habe ich gesehen, aber Josef habe ich nicht gesehen. Vielleicht kommt das später. Äh, das wäre nicht so... Ich bin mir über keinen Josef nicht bewusst, ne? Guck, äh, Anjas, Markus, Emma, Chloe. Chloe. Mona, Lisa und Lena, Tim. Ja, oh, was ist denn hier? Michel und Gilbert. Weil da fehlt ein bisschen Haus, das ist nicht schlimm. Äh. Da fehlen ein bisschen mehr Häuser. Das ist schlimm. Okay. Nee, ich glaube, der Josef wohnt hier gar nicht drin. Es gibt ja auch noch Brücken, die noch weiter nach rechts gehen, ne? Äh, du meinst die hier an der Seite? Ja. Ich denke, dass wir da irgendwann weiterkommen und dass wir da irgendwann Josef... Aber hier kamen wir hier nicht... Da kamen wir nicht durch. Nee, nee, weil er kaputt war. Ich denke, wir müssen Questfolgen hier machen. Oder sind hier unten noch versteckte Häuser hier? Guck mal, hier geht ja noch der Weg weiter. Guck mal. Ja, dann geh doch runter zu Georg und Johanna, aber wir sind müde, ne? Ja, ich muss gucken, wie weit ich komme. Wie spielt Hamas? Ach, nee, das bringt nichts. Die ist ja jetzt schon am Heulen. Und außerdem sind wir am Ende der Aufnahmesession. Das auch noch. Gerade erst warm geworden. Ohohohoho, drei Stunden. Gerade erst warm geworden und dann sowas. So, wir schlafen bis zum nächsten Morgen. Ja, dann ist sie richtig ausgeschlafen. Genau, dann können wir beim nächsten Mal wieder richtig durchstarten. Mag, ganz wichtig ist, eine Sache muss ich auf jeden Fall noch gucken. Ja. Und zwar, wo ist Felix? Ja, dann guck. Wo ist Felix? Dann schau, wo Felix ist. Die Kartoffeln sind reif. Gucken wir mal hier rein. Aber ich hoffe, er taucht wieder auf, weil er ist nicht hier. Da, 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 da. Kommst du her? Felix. Felix geht es gut. Du kommst mit. Du bist ein böser Junge. Nein. Nicht abhauen hier. Oh, der Arme. Fürs nächste Mal ist er nicht da. Ja, okay. Felix im Haus. Wir müssen unten nochmal gucken und dass wir da die Karte erweitern. Joseph finden würde ich jetzt erstmal Priorität weiter nach hinten setzen. Weil, den Teleporter brauchst du nicht zwangsläufig um dich durch die Gegend da hinten. Da oben haben wir ja eh nicht viel zu tun. Bei dem Eremit. Ja. Ich würde eher jetzt mal drauf gehen, dass wir jetzt ernten, dass wir die Hölzer zusammenkriegen und das Eisen zusammenkriegen, dass wir jetzt die bessere Axt machen. Und dann eben halt die anderen Questen, die, die, die Chemielabor für Eugenia, Aloe Vera Pflanzen und Umtopfen müssten wir machen. Was waren das noch alles da? Die, 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 die Hasenwolle da. Also wir müssten Pflanzen sammeln. Aber ich glaube, wir hatten das Problem, dass irgendwie diese, diese Geldpflanze, die wir gesucht haben, ja glaube ich anscheinend in dieser Jahreszeit nicht war. Aber wir haben jetzt nochmal, wir können gucken. Können wir, also das sind so die nächsten Sachen, die wir auf jeden Fall machen sollten. Auf jeden Fall Quests weitermachen. Eine Quest haben wir heute geschafft. Eine. Ich sage dazu nichts. Ja, wir sollten auf die Hinweise achten, glaube ich, mit Jan und Ja oder wie. Ja, wir müssen auf jeden Fall auch mit Alfred sprechen. Genau. Der hat Aufträge. Ja. Und dann gucken wir weiter. Weil wir haben definitiv auch noch nicht alle getroffen, sonst hätte Nial schon was gesagt. Aber ich denke, dass das auch mit dieser Brücke da hinten zu tun hat, dass es da irgendwie noch weiter geht irgendwann. Das ist möglich. Ja, also wir haben dieses Spiel noch nicht mal angerissen, denke ich. Wenn du siehst, was wir alles noch kaufen können, pflanzen können, bauen können, lernen können. Und dann haben wir das Spiel quasi noch nicht mal angerissen. Genau. Und keine Zeit. Und jetzt sagt der TS, ihr habt genug aufgenommen, reicht für heute. Und wenn euch die Folgen gefallen haben, lasst ruhig ein Like da und auch einen Kommentar. Philipp, noch was zu sagen? Nein. Gut, dann sagen wir Tschau, bis zum nächsten Mal. Tschüss.